Eine von uns. Das ist die erste Lebensschutzinitiative für ganz Europa. Jeder Bürger kann sich beteiligen. Hedwig von Bewerförde ist die Sprecherin der Initiative in Deutschland. Sie weiß, wie wichtig der Einsatz ist. Der Europäische Gerichtshof hat im Oktober 2011 entschieden. Das Leben des Menschen beginnt mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Damit ist klar, jeder Embryo hat eine Menschenwürde, die wir achten müssen und ein Recht auf Leben, das wir schützen müssen. Trotzdem finanziert die Europäische Union bis heute medizinische Forschung, bei der Embryonen getötet werden und Organisationen, die weltweit Abtreibungen durchführen. Die Europäische Union hält sich nicht an ihr eigenes Recht. Der Schutz des Lebens ist nicht gewährleistet. Er muss jetzt von uns Bürgern durchgesetzt werden. Wir können erreichen, dass die Europäische Kommission alle Gelder stoppt, mit denen menschliche Embryonen getötet werden. Dazu brauchen wir bis November eine Million Unterschriften in Europa. Ich bin Hedwig von Bewerförde. Unterstützen Sie mit mir die Initiative Einer von uns. Gemeinsam können wir es schaffen. Eine von uns braucht Ihre Hilfe. Wenn auch Sie etwas für den Lebensschutz in Europa tun wollen, helfen Sie Unterschriften sammeln. Geben Sie uns Ihre Stimme. Informationen finden Sie auf der Internetseite www.1-von-uns.de Helfen Sie jetzt! Das war's für Drei. Die Stimme. Das war's für Drei. Nein, das war's für Drei. Die Stimme. Das war's für Drei. Drei.